Herzlich willkommen zurück zu Forever Skies. So, ich bin jetzt eine Weile hier verwirrt in meinem Raumschiff rumgelaufen und jetzt wird es auch noch dunkel. Eben war noch Topwetter. Jetzt fängt es an zu regnen, toll. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt folgendes tun. Ich denke, wir müssen ein paar Fragezeichen abfliegen, denn mir fehlen offensichtlich Blaupausen. Und deswegen lassen wir mal alles so stehen, wie es jetzt hier ist und versuchen mal wieder zurückzufliegen. Die Frage ist, kamen wir von dem Ding oder von dem? Ich glaube, wir kamen von dem hier. Das ist der Fahrstuhl. Wir müssen trotzdem wieder in diese Richtung runter und irgendwo müssten Fragezeichen sein. Ich habe noch Sprit gemacht und den werde ich jetzt ganz kurz noch reinzimmern. Hier. Und den Rest packen wir dort hinein. So. Obwohl ich der Meinung bin, dass wir noch mehr Sprit irgendwo hatten, aber ich habe jetzt keinen mehr gefunden. So. Let's go. Wir fliegen los und suchen... Ähm... Ja, ja, jetzt gehst du wieder los mit deinem Quatsch. Ähm... Wir werden jetzt losflattern. Und gucken mal... Richtung Süden würde ich gerne. Und let's go. Ich weiß gar nicht, ob wir hier fertig waren. Habe ich hier alles gelootet? Wollte ich noch was looten? Ich bin nicht ganz sicher. Wo ist der Süden? Da hinten. Da müssen wir lang. Ne, Osten. Ähm... Da ist ein Fragezeichen auf der rechten Seite. Ich sehe hier ein Fragezeichen. 1,3 Kilometer. Ich würde dann jetzt doch nochmal ein bisschen eindrehen. Und zudem Fragezeichen I am. So. Okay, let's go. Genau, aufs Haus. Wir fahren jetzt aufs Haus zu. Ich weiß dann aber auch nicht mehr, wo unser, ähm, Dings war, ne? Oh Gott, ich muss ein bisschen hier vielleicht. Unser Abstieg war. Aber das werden wir schon rauskriegen, denke ich. So. Ich werde zwischendurch vielleicht nochmal ein bisschen Stuff organisieren. Wir brauchen nämlich noch sehr viel Ressourcen, damit wir das Schiff noch ausbauen können. Weil, so wie es aktuell ist, haben wir halt viel zu wenig. Und ich würde gerne noch hinten ein bisschen, ein bisschen mehr Zeug, ähm, hier würde ich gerne noch ein paar Räume ran bauen, ne? Also das ist mir ein bisschen wenig. So, erstmal gucken hier. Aus der Reichweite. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann lasse ich das jetzt. Fahre weiter. Weiter zum Fragezeichen. So, dann müssen wir auch irgendwann nochmal gucken, dass wir einen zweiten Ballon bauen, damit wir einfach auch mehr, also allgemein mehr Gewicht tragen können. Weil dann können wir wirklich ausbauen, das Schiff. Das wäre auf jeden Fall nochmal sinnvoll. Aber ich möchte erstmal so die Fragezeichen checken, Leute. Das ist mir wichtig. So, hier an dem Roten vorbei, hier zwischen. Denn da ganz hinten scheint irgendwie was zu sein. Hier zwischen den beiden durch. Blau und Rot. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Warte mal. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ja gut, da können wir danach hin. Ich fahre jetzt erstmal zu dem hier. Standard Windpark erreicht. Sollen wir den vielleicht gleich noch mitnehmen? Nee, ich will ja zum Fragezeichen. Nein, wir fahren ja zum Fragezeichen. Schluss. Wir sehen uns dort. So, ich denke, wir werden jetzt mal hier unten irgendwie parken. Also, entweder hier auf dem Ding. Rechts. Oder da hinten rum. Aber das sieht ja krass aus. Ich bin ja sehr gespannt, was wir hier finden werden. Unbekannte Ort erreicht. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja, let's go, let's go. Ich werde hier alles scannen und abbauen, was geht, ne? Dass wir genug Ressourcen haben, vielleicht. Um das Schiff weiter auszubauen. Das wäre ganz cool. Autsch. So. Kleinstadt. Oh, okay. Neue Objekte. Alright, alright, alright. Okay. Können wir hier Essen machen? Ich glaube, ich bin... Ähm... Habe ich überhaupt was zu essen? Ich glaube nicht. Vielleicht sollten wir diese Motte nehmen? Kann ich das runterlassen? Shit. Ja, im Notfall müsste ich noch mal wieder hochgehen. Äh, also hochgehen, damit wir runterlassen können. So. Ich koche. Haben wir Wasser. Sieht gut aus. So, leere Flasche haben wir auch. Okay, dann packe ich jetzt erstmal den ganzen Stuff wieder irgendwo rein, damit wir Platz haben. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich das alles hier hatte, was ich damit gemacht habe. Weiß ich auch nicht mehr. Aufnahme ist schon wieder ein bisschen länger her. Keine Ahnung. Ich packe einfach den ganzen Schnurli da rein. Und später wird alles sortiert. Ich glaube, hier waren so... Okay, ich sehe gerade, ich... habe schon wieder gar keine Sortierung. Heftig. So, ein paar Pfeile. Die brauche ich aber auch nicht alle. Wofür brauche ich jetzt Pfeile? Ich glaube, die brauche ich nur unten im Unterdust, ne? So, das. Und... hier machen wir auch noch ein paar Pfeile rein. Und ich hoffe, dass wir langsam mal irgendwie einen größeren Schrank finden oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, wie lange brauchst du noch? Gib mir Essen. Schlappen werden wir später. So, der Scanner. Und... Oh... Warte mal. Moment. Moment, Moment. Der Extractor hat nicht mehr besonders viel Ladung. Hier müssen wir eine... eine Festkörperbatterie reinmachen. Moment. Die können wir, glaube ich, auch selber bauen. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir überhaupt eine haben. Da ist eine Festkörperbatterie. Doch, wir haben ein paar. Okay. Wir müssen eh gleich wieder welche ausbauen. Ähm. So, okay. Für die nächste Runde. Wir müssen jetzt erstmal gännen und... Oh, warte mal. Ich, ähm... Sitze nicht gut, ne? Warte, warte. Moment. Something is wrong. Wir sind nicht gelandet, ne? Doch, wir sind gelandet, aber... Hä? Wie komme ich denn hier wieder rein und raus? Okay, so komme ich wieder rein und raus, aber... Oh. Ah, ich verstehe. Ja gut, ist egal. Wir lassen das so. Okay, Leute. Es geht los. Wir werden jetzt hier mal gucken, was hier so Phase ist. Inventar ist erstmal leer. Ich gehe hier rein und, ähm... scanne alles, was geht. Nehme mit, was auch geht. Nehme auch auseinander, was geht. Aber das Wichtigste sind, äh... Blaupausen. Wir haben hier also eine Stadt. Was kommt man denn da rauf? So, erstmal essen. Gut. Sag mal, wo war'n jetzt? Okay, das nehme ich gerne. Bisschen Licht hätte ich auch gerne. Hier ist was drin und ich komme nicht ran. Gut. So. Was habe ich denn eben gesehen? Wo habe ich denn hier eben noch Plastik gesehen? Das war doch hier vorne. Hier auf dem, auf dem Dach. Ja, gut. Okay. So, warte, warte, warte. Ich glaube, hier waren wir gerade. Ne, hier waren wir definitiv nicht. Jetzt nehmen wir alles mit. Ja, ja. Wie immer. Allerdings. Ähm. Komm ich hier runter? Ja, ne? Allerdings ist mein Schiff so ein bisschen... Unge... Das ist ein bisschen, äh... Nicht so gut, wie es steht, ne? Würde ich jetzt fast denken. Ein bisschen unpraktisch, wie es steht. So, ich muss erst mal pennen gehen, glaube ich. Da brauchen wir gar nicht alles scannen. Wir benötigen Zeichenwerkzeug. Kartusche, Basismuster. Was? So, und hier ist irgendwas... Ah, Zeichenwerkzeug? Hä? Okay. Okay. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Zu essen und zu trinken, was ich sehr gut finde. Jut. Diese Lautstärke ist so unangenehm, ne? So, hier muss ich auch noch mal raus. Äh. Also, an der... Uuuuh. Wie komme ich da hin? Mein Gott. Ich komme da gar nicht hin, ne? Ja. Oder kann ich das einfach so nehmen? Ach so. Ja gut, dann... Dann mache ich das natürlich so. Gar kein Problem. Gut. Okay, dann haben wir das hier alles genommen. Hier drüben kann ich noch rüber. Ne, von da kam ich. Kann ich hier vielleicht irgendwas scannen? Ne. So, da war ich jetzt. Hier war ich noch nicht. Ja, ja, geht gleich los. Oh mein Gott. Mon Dieu. So. Das nehme ich natürlich mit. Habe ich keinen Platz mehr? Ne, das kann nicht sein. So, und hier? Ist irgendwie... Komme ich nicht weiter. Will ich hier irgendwie scannen? Ah, aber da komme ich weiter, ne? Oh, oder? Oder nicht? Das hätte ich jetzt fast gedacht, ne? Aber... Oder doch? Ich komme hier. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Habe ich richtig gedacht. So, wo haben wir denn endlich mal was? Was? Lagerregal. Das Ding brauche ich für die Kisten, ne? Habe ich das jetzt gelernt? Ist das jetzt etwas, was ich nutzen kann? So, Essensration, Leute. Ich hau mir erst mal hier so ein Ding rein. Dann ballere ich mir noch ein bisschen so ne, so ne Dose oder nehme ich mhm, doch, ich nehme ne Dose. Und ich sollte vielleicht auch ein altes, isotonisches Getränk trinken. Dann habe ich ein bisschen mehr Luft, dann können wir noch ein bisschen weitermachen hier. Bevor ich hier gleich komplett im Eimer bin. So, hier ist auch noch was. So, jetzt ist wirklich die Frage, kann ich jetzt diese Schränke bauen? Dieses Regal? Nichts Genaues weiß man. So. Okay. Hier kommen wir nicht rüber. Ist aber auch, glaube ich, ja, den müssen wir noch mitnehmen. Ist aber, glaube ich, nicht notwendig. Wir laufen jetzt hier lang. Dann laufen wir hier lang. Hier ist aber auch nichts weiter. Und von da kamen wir. Und dann können wir aber hier runterlaufen. Also könnten wir. Will ich das? Ich glaube nicht. Oha. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Aber auch hier kann ich nicht scannen. Aber ich könnte wieder hier so stuffen mitnehmen. Hier ist aber wenig Zeug, ne? Was man so abbauen kann. Warte mal, das da. Kupfer. Oh, ich will die Uhr haben. Was? Lass mich was essen oder so. Komm, ich ess was. Die Uhr will ich haben. Oh ja, oh ja, oh ja. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus der Nummer? Ich glaube, ich bin irgendwie die Treppe hochgegangen oder so. Hier war das. So, wo war das? Genau, jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Okay, dann waren wir hier. Regale hatten wir gecheckt. Draußen war ich auch. So, denn ähm Wo ist jetzt der Stuff, den wir scannen können, um neue... Oder war das jetzt das Regal? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Vielleicht war das auch das Regal. Oh, hier haben wir noch was. Okay, okay, okay. Lockadel. Befürchte, ich muss zum Schiff. Hier geht's auch nochmal hoch. So. So. Inventar voll. Okay, dann machen wir erst mal das Ding hier weg. So, das haben wir aufgemacht. Und hier geht's weiter. Nee, hier waren wir doch. Oder nicht? Hä? Was soll das denn? Was für ein Quatsch? Aber warte mal, hier vielleicht noch? Nee. Okay, hier ist das Schiffchen schon. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Okay, haben wir dann jetzt... Warte mal, kann ich hier vielleicht bei... Studio... Äh, Studien... Forschungsstation... Habe ich jetzt hier irgendwas gelernt oder... Ich hab halt nichts gescannt und das irritiert mich gerade. Das verstehe ich gerade nicht. Scanner, Windpark-Varianten, Funkturm-Varianten... Wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich? In welchem... In welcher Variante? Underdust? Nee. So, Gartenvarianten haben wir abgeschlossen. Ruine der Kommunikationsanlage. Mittlerer Sauerstofftank muss ich noch im Underdust finden. Wrecked Storage Box habe ich auch noch nicht gefunden. Funkturm. Da muss noch irgendwas sein, aber ich seh nix. 81%. Windpark, hab ich kaum was gefunden. Okay, ich bin super irritiert gerade. Warte mal, ich guck mal kurz, ob wir das jetzt bauen können oder so. Diese Geschichte. Kann ich jetzt hier so ein... Ich hab hier nix Neues, ne? Hier? Kartusche, metallisches Muster. Farbkartusche für das Zeichenwerkstor. Ja, ja. Kartusche, Basismuster. Kartusche, einzigartiges Muster. Paint Tool. Okay, dann sind das diese Sachen, die ich jetzt gelernt habe, oder was? Ist das Fragezeichen jetzt weg? Also, mehr habe ich jetzt hier nicht gefunden, Leute. Ich gehe davon aus, dass es das ist, ja. Ich trinke noch was. Und dann werden wir mal kurz pennen gehen. Das ist mir, glaube ich, lieber. So, ein bisschen Ruhe rein. Okay, ähm... Ich vermute, jetzt ist es. Weil scannen konnte ich tatsächlich nicht. Ich könnte jetzt nochmal gucken, mit dem Scanner aktiviert, ob ich da irgendwas entdecken kann. Aber... I don't know. Jetzt ist es dunkel. Super. Warte mal, kann ich hier noch ein bisschen was sammeln? Ungünstige Position, ne? Ich kann hier... Ach, Inventar ist voll, ja, okay. Ja, gut. So, das... Was ist das hier? Kartusche? Jetzt habe ich wieder keinen Platz. Mist. Die Uhr ist nice. Die will ich jetzt unbedingt aufbauen, Leute. Diese Uhr. Äh, wie cool die aussieht. Kann ich die hier so... Kann ich die... Ähm... Ich brauche mehr Platz. Ähm... Hier? Nein. Schon irgendwie cool. Okay, was ist das? Skizze des Lackierwerkzeugs. Brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Was ich brauche, sind größere Kisten. Das ist, was ich brauche. So, dann haben wir Essen. Dann haben wir das hier. Biomasse. Steckt auch nicht mehr. Bisschen Glas. Ich sollte unbedingt diese vorhandenen Essensrationen und diesen ganzen Kram unbedingt... äh... Trinken und essen. Ich lasse das mal hier im Inventar. So. Die Dinger auch. So, dann haben wir noch ein bisschen was davon. Aber... Hier, das kann da hin. Genau. Das behalten wir hier. Maschinenteile. Keine Ahnung. Das Zeichenwerkzeug. Wir haben ein neues... Was ist denn das hier? Armbrust. Extraktor. Messer müssen wir auch immer mit dabei haben. Ermöglicht es dir, die Farben an den Wänden des Luftschiffs zu ändern. Alles klar. Okay. Hier ist noch Platz. Und Kartusche. Nun gut. Die Frage ist... Ich habe hier irgendwie... Habe ich gerade kein Glück, was das betrifft. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen aufbauen. Ist das vielleicht eine gute Idee? Wenn wir hier einmal die Sachen abnehmen... Kann ich überhaupt... Habe ich da Platz für? Und hinten noch drei Räume ranbauen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Tatsächlich. Die Frage ist... Können wir... Genug bauen? Wir brauchen Räume. Dafür brauchen wir synthetische Materialien. Für drei Räume brauchen wir in Summe... 90 synthetische Materialien. Und 45 Metalle. Das wäre ja schon mal was. Würden wir die Wände abbauen? Haben wir das. Haben wir das alles. Metalle? Und ich glaube, synthetische Materialien sind mein Problem gerade. Und meine unfassbar furchtbare Sortierung ist das zweite Problem. Ich werde folgendes tun. Leider kann man immer noch nicht die Kisten aufeinander stellen. Das nervt mich super. Ich glaube, ich werde folgendes tun jetzt. Also zwischen den Folgen. Ich denke... Ich werde die Kisten nochmal neu aufräumen. Und so ein bisschen sortieren. Weil sonst sehe ich gar nicht mehr durch. Und dann werde ich so ein bisschen Stuff hier reinpacken. Werde die ganzen Sachen nochmal aufheben. Und hoffen, dass das hier alles reinpasst. Und dann sortiere ich alles nochmal ein bisschen. Kann ich hier vielleicht jetzt dieses komische Regal bauen? Hauptplatine. Die können wir bauen, ne? Deckextraktor mit Filter. Aber wir hatten den automatischen Deckextraktor noch nicht gefunden. Ich glaube, das Ding wollte ich unbedingt haben. Das fehlte mir jetzt noch. Ja, ich glaube, so war das. Okay, also. Ich sammle jetzt alles ein. Und baue noch eine... Ich baue noch eine Kiste. Oder zwei. Lass mal gucken. Ich brauche auch... Ach nee, brauche ich auch so viel Stuff. Ach du Scheiße. Haben wir denn überhaupt 45... Nee, 90 synthetische Materialien. Ansonsten brauchen wir gar nicht anfangen. Weil ohne die kann ich keine Räume bauen. Dann brauche ich auch den ganzen Quatsch nicht hier sortieren und so. So, warte. 72. 72. 72. Okay, ich sammle jetzt erstmal 90 synthetische Materialien. Gib mir... Gib mir... Halt. Weiter geht's. Brauche mehr. Für die Räume. So. Okay. Na. Bleib hier. Das mache ich jetzt auch nur, damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. Eigentlich müssen wir noch viel mehr aufräumen oder ausbauen. Aber ich glaube, viel mehr können wir nicht tragen aktuell, weil wir nur einen Ballon haben. Okay. Gut. Dann baue ich jetzt noch ein, zwei Kisten. Oder auch nicht. Ich baue jetzt Räume. Ich baue jetzt keine Kisten. So, das nehme ich noch mit. Ach Mist, ich war zu spät. Gut, dann nehme ich den einmal weg. Mit Kuh, glaube ich, ne? Ja. So, die Dinger muss ich sowieso abbauen und... Dann nehme ich einfach mal den hier weg. Äh, dann muss ich das hier rausnehmen. Den wegnehmen. Maximum Flight Speed Reduced. Dann muss ich... Wir haben gar kein Sprit mehr. Ist auch wichtig. Aber wir können hier Zeug sammeln. Deswegen ist das ganz gut. Okay. Okay, okay. Jetzt ist wahrscheinlich mein Inventar wieder voll. Und das ist ein großes Problem. Ähm, das bedeutet, ich versuche jetzt nochmal... ...ne Kiste zu bauen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Plastikmüll. Plastikmüll wäre super gut. Hatten wir aber gerade gesammelt, so viel ich weiß. Also, wo ist der Scheiß? Da. Ähm, wir tauschen das mal aus. So, okay. So, dann machen wir eine Lagerkiste. Und dann baue ich noch eine zweite Lagerkiste. Und dann werde ich das hier alles abbauen. Zwischen den Folgen. Und gegebenenfalls, ähm, drei Räume ranbasteln. Okay? Das wird ein bisschen mehr Puffer haben. Weil das ist jetzt echt... ...echt heftig. Und jetzt ist mein Inventar wieder voll. Risk of Dehydration. Ah, wo mache ich das hier hin? Warte kurz. Ich trinke gleich was. Und den packe ich jetzt noch irgendwo hin. Nee, nicht da. Das muss ich alles abbauen. So, packe ich da erstmal hin. So, nehme ich die Kiste. So, und diese Kiste packe ich jetzt erstmal hier hin. Und sortiere das später um. Okay? So, und den Rest mache ich jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und, äh, ja. Bis dann. Tschüss. Emergency landing procedure.